Moin leute was geht herzlich willkommen auf meinem kanal zurück es ist sonntag ich glaube dritter tag drittes video hintereinander und ich kann euch nur eins sagen content creation ist absolut absolut anstrengend ich sitze hier ich habe hier keine klimaanlage in meinem raum und ich glaube wir haben in hamburg gerade um die keine ahnung 30 grad bei 99 prozent luftfeuchtigkeit ich schwitze wie eine sau ich war gerade erst duschen und ich glaube ich werde heute einfach wird nach u21 deutsche nationalmannschaft gucken dicke empfehlung für euch ist ein spannendes spiel was dann in tschechien kommt und ich werde einfach nach dem spiel duschen vor dem spiel während spiel und einfach die ganze zeit aber man macht es gerne und es gibt aktuell einfach viele sachen über die wir sprechen können und sollten und deswegen machen wir heute weiter ab nächster woche habe ich urlaub und in meinem urlaub ich werde zwei drei wochen mir ein bisschen auszeit können werde ich hier sein ich werde nicht wegfahren diesmal auch nicht wegfliegen letztes jahr war ja afrika das heißt da werden einige sachen auf euch zukommen und ich empfehle euch bei twitch vorbeizuschauen ich werde ein kleines turnier veranstalten nicht so ein großes mit vier gegen vier teams aber so zwei drei kleine turniere die spaß machen da könnt ihr ein paar kleine sachen gewinnen und ein bisschen spaß haben dicke empfehlung um was geht es heute leute warzone 1 und mittlerweile haben sie ja warzone 2 umbenannt und warzone 2 heißt ja glaube ich jetzt nur noch warzone mit neuem logo warum auch immer sie es alles gemacht haben wahrscheinlich marketing oder 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 mit warzone 2 sind halt so viele negative aspekte verbunden dieses jahr deswegen auf jeden fall warzone 2 ist das eine warzone 1 ist das andere warzone 1 caldera alles was wir in warzone 1 vorher gemacht haben wird abgeschaltet am 21 september diesen jahres was bedeutet dass wir noch knapp drei monate damit verbringen können und dann ist es weg was bedeutet das wenn wir aufklären warum machen sie das und so ein paar sachen nebenbei die man vielleicht gar nicht dabei bedenkt bevor wir darauf eingehen möchte ich euch eine ganz kurze sache zeigen ich versuche schnell zu machen und ich danke euch dafür leute dass ihr da so fleißig seid ihr habt heute wieder im shop die möglichkeit für eine neue sommersorte und dieses mal ist es das gold matcher pack was ich euch jetzt einfach mal empfehlen möchte mit meinem code cheppi kriegt noch zehn prozent rabatt und cheppi 5 falls ihr ganz neu bestellen wollt ist für den sommer perfekt es ist limette mit drin es ist matcher es ist minze grüntee basis das ganze könnt ihr ich glaube ihr könnt holen ein bisschen austricksen ich zeige euch wie das geht ich weiß nicht ob das geplant ist ihr könnt euch den schlüsselanhänger die eiswürfel form das t-shirt plus das bundle mit zwei packs perfekt ohne koffein ohne zucker ist perfekt für den wirklich für den sommer könnt ihr euch aktuell gönnen jetzt habe ich aus versehen zwei eins reicht glaube ich zum probieren vor allen dingen da seid ihr dann bei 79 99 dabei dicke dicke empfehlungen von mir ich weiß nicht ob man unbedingt wirklich alle sachen umsonst dazu bekommen sollte aber anscheinend ist es so und wenn ihr dann schon stammkunde seid und viele von euch sind das ich weiß dass spart ihr mit dem ganzen wenn ihr einfach mein code eingebt auch noch mal zehn prozent danke fürs werbung schauen leute ich weiß dass viele von euch kunden sind ich weiß dass viele sagen nee möchte ich nicht oder habe es keine lust auf werbung aber für uns die die das hier hauptberuflich und auch nebenberuflich machen sind das wichtige partner die wir gerne vorstellen wollen und ich kann nicht für jeden sprechen aber ich stehe hinter meinen partnern weil das coole produktionen sind coole ideen deswegen vielen dank fürs schauen leute warzone 1 wird abgeschaltet 21 september 2023 das bedeutet für euch ihr werdet kein caldera mehr spielen können ihr werdet das gute movement nicht mehr haben rebirth und fortunes keep wurde ja bereits abgeschaltet der hintergrund dessen dass die beiden sachen abgeschaltet worden sind ist relativ einfach man wollte möglichst viele leute in das neue warzone 2 oder wie auch immer man es nennen möchte raufkriegen und rebirth und fortunes keep waren so beliebte alternativen zu caldera weil caldera halt vom movement sehr gut war aber eben von der map sehr schlecht dass viele leute dann eher das fast pace genutzt haben der hintergrund dessen war eben damit man die leute alle rüber bekommen zum neuen warzone damit damit da mehr bundles verkauft werden damit da mehr geld verdient wird dass das zeichen für geld verdient anscheinend hat man die sachen dicht gemacht trotzdem konnte man caldera warzone immer noch spielen relativ kopfschmerzfrei wenn man herausgefunden hat wie denn activision hat bis heute nie wirklich darüber geredet und vor allem niemanden darüber informiert dass caldera immer noch spielbar ist und wenn man im playstation store einfach caldera eingibt dann findet ihr caldera nicht also es ist mehr oder weniger versteckt sag ich mal und viele aus den kommentaren die letzten tage als ich in einem der letzten videos über caldera sprach waren irgendwie 20 30 kommentare von leuten die gefragt haben wie es gibt caldera noch und ja ihr könnt es noch spielen genauso wie vorher ihr müsst halt nur die separate applikationen über ein store oder bettenet oder sonst was runterladen ich weiß nicht wie es bei der xbox heißt ob das xbox store ist oder sowas und dann könnt ihr es nach wie vor spielen warum machen sie es jetzt dicht der erste grund sie wollen die server kosten sparen server kosten sind halt relativ hoch für ein game was eben wenig spieler hat es hat allerdings auch nur deswegen vergleichsweise so wenig spieler weil die meisten gar nicht wissen dass es immer noch verfügbar ist der zweite grund warum machen sie es zu zwei drei wochen später vermute ich im oktober werden wir wahrscheinlich die letzte beta vor modern warfare 3 haben mit modern warfare 3 soll eine neue warzone karte rauskommen die von treyak mit entwickelt ist und im prinzip nehmen die modern warfare 3 als übergang zu dem was mit treyak als wirklich triple a game hoffentlich rauskommt und deswegen wollen sie natürlich jetzt diesen switch machen und sagen gut wir schließen das eine das neue wird dick promotet alle die jetzt noch auf den alten warzone karten unterwegs sind auf der alten warzone karte sollen warzone 2 oder warzone wie es jetzt eigentlich nur noch heißt mit dem neuen mw3 spielen sollen mw3 kaufen sollen ihre tarnung machen sollen dann die neue karte spielen sie wollen die leute alle rüber bekommen was bedeutet das für euch eigentlich alle eure bundles die ihr gekauft habt sind weg es sei denn ihr spielt das game wo ihr dieses bundle gekauft habt zum beispiel vanguard ihr könnt natürlich eure skins und blueprints und sonst was in vanguard wenn ihr den multiplayer noch spielt weiterspielen aber ihr könnt nicht mehr in caldera weil caldera nicht mehr da ist alle eure skins werden für den battle royale weg sein und was bedeutet das und das habe ich schon mal gesagt es zeigt uns eigentlich nur dass man bei activision keine skins und bundles per se kauft sondern einfach nur eine leihlizenz für einen gewissen zeitraum bis sie sich entscheiden dass du jetzt nicht mehr nutzen sollst was für mich ein bisschen fragwürdig ist dass zehn jahre alte cods immer noch zum vollpreistitel verkauft werden auf servern auf denen man vor cheatern und hackern nicht geschützt ist währenddessen ein drei jahre altes game was durchaus noch beliebtheit findet dicht gemacht wird aufgrund von gewissen kosten und sonstigen sachen kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen und weiß auch nicht warum das unbedingt so sein muss aber wie gesagt der kostenpunkt wird dann große große kostennote spielen nur mal im vergleich für die die sagen ich habe es auch immer gesagt bundles kaufen ist so unnötig in cod man kann noch heute in fortnight eins zu eins ein bundles spielen was man im ersten battle pass freigespielt hat oder was man nach zwei wochen nach release von fortnight gekauft hat oder zwei monate nach release oder zwei jahre nach release und trotzdem mit diesem bundlen immer noch das aktuelle fortnight spielen ohne dass es ein fortnight zwei oder ähnliches gab das heißt epic games und auch andere publisher haben solche sachen noch immer deutlich besser hinbekommen als activision das macht sollte für jeden vielleicht so die kurze erinnerung sein dass activision euch kein bundle kauft worauf ihr dann ein anrecht auf dauer habt sondern nur auf die nutzung für einen von activision begrenzten zeitraum kurze antwort für die fragen die kommen könnt ihr euer geld zurückverlangen nein könnt ihr nicht euer geld ist weg das bundle ist weg ihr könnt es meinetwegen in mw19 dann auch spielen oder in cold war meinetwegen oder in vanguard aber im battle royal in caldera werdet ihr es nicht mehr spielen können und es wird auch nicht zu warzone 2 jetzt rüber transferiert oder sonst was und was wir gesehen haben in warzone 2 und modern warfare 2 werden bundles und ähnliches verkauft von sachen die ihr in cold war vanguard frei spielen konntet oder dort umsonst bekommen habt das heißt jeder der sich darauf einlässt sollte durchaus wissen da geht es um viel geld um euer geld und dann sind die alle froh so ich habe euch informiert kein caldera mehr für euch ich werde wahrscheinlich noch so ein abschieds caldera video machen ich mochte die karte nie um ehrlich zu sein trotzdem vom movement her war es einst eines der der besseren erlebnisse der letzten monate was cod angeht muss man ganz ehrlich so sagen leute schreibt mir eure meinung dazu die würde mich interessieren guckt die u21 da sind richtig gute jungs von uns bei die uns in ein paar jahren vielleicht mal zur wm führen können jetzt lasst ein like da und ein abo und ich bin raus